So, hallo Leute. Heute ist Tag 31, nachdem die Küken geschlüpft sind. Und ja, ihr seht schon, die beiden mit den grünen Ringen, das sind ja die Jungen, und die picken jetzt hier auch schon beide mit. Suchen sich selber ihre Körner und werden jetzt eigentlich auch nicht mehr gefüttert. Und ja, die können jetzt auch schon eigentlich fast richtig fliegen. Und ja, ich melde mich dann in ein paar Tagen nochmal wieder, wenn die dann mal auch richtig draußen rumfliegen. Ein bisschen. Und ja, dann bis bald.